So, da sind wir auch schon bei der nächsten Aufgabe, nämlich fange einen Infrarot-Zappler oder samm den ein. Also ihr müsst ihn nicht unbedingt angeln, wenn er irgendwo rumliegt, könnt ihr den natürlich auch aufheben. Ich zeige euch nur mal gerade, hallo Angel, ich bin genau hier, neben Command K1, nämlich hier ist die sogenannte Fischinsel. Weil hier sind so viele Fischschwärme jede Runde, ja gut, ihr seht schon, der Loot lohnt sich schon mal. Ja, so, wir versuchen es natürlich direkt. Ich wollte jetzt erst angeln und dann euch zeigen, wie der Fisch aussieht, aber ich denke mal, ich kann es beim Angeln gerade noch mitnehmen. Ich hoffe halt einfach mal, dass ich Glück habe. Ihr seht, ordentlich XP gibt es natürlich auch. So bekommt ihr natürlich auch den Meilenstall hin, was die Fische betrifft. Und da habe ich ihn auch schon gefangen. Also, ist eine simple Aufgabe eigentlich. Nimmt halt hier wirklich alles mit. Ist das hier verpackt? So viele Items kriegt man hier eigentlich nie aus. Aber ihr seht, dadurch, dass ich noch doppelte XP habe, schmeckt natürlich schon fast 199, nur gerade durch die Aufgaben hier. Und wie gesagt, hier gibt es so viele Fischschwärme. Ich kann es euch mal gerade zeigen. Hier sind noch zwei, da hinten ist noch einer, sind drei, vier, vier, fünf, sechs. Ja, sechs Stück noch plus die, wie viele hatten wir? Drei Stück schon. Also neun Fischschwärme sind hier. Also wenn ihr hier keinen Fisch fangt, dann weiß ich auch nicht. So, mal gerade gucken. Hol ich mal gerade mit. Weil einen haben wir ja jetzt. Aber eigentlich müsste er schon mehr sein. Achtet immer drauf, dass er natürlich im Schwarm fangt. Ja, vor allem zieht die Angel nicht einfach zurück. Ich habe nur auf den Ton geachtet. Komm schon. Also waffentechnisch, der Loot ja top. Aber Infrarotfisch haben wir jetzt einen einzigen gehabt. Ja, den holen wir uns natürlich auch noch mit. Ja, ich habe gehofft, ich kriege vielleicht die Harpune. Dann geht das Ganze nämlich natürlich deutlich schneller. Aber ihr habt ja gesehen, einen Meinenstall und einen Ausstieg. Aha, da ist schon der zweite. Können wir noch einen dritten nennen? So, gucken wir, die zwei Fischschwärme. Also ihr seht, zwei Stück haben wir jetzt. Aber eigentlich ziehe ich den Zettel. Ziehe ich irgendwie, sind wir nicht bei FIFA. Eigentlich kriege ich ihn ziemlich oft. Ja, was ist daneben? Ne. Aber ich behaupte immer, dass es jeder schafft beim ersten Versuch, wenn er hier landet und wirklich alle Fischschwärme suchen, wie er angelt. Und wie gesagt, holt die andere Kiste noch, guckt, ob ihr eventuell eine Harpune kriegt. Das geht natürlich auch ziemlich schneller. Aha, da ist der dritte. So, können wir noch einen? Komm schon. Hallo? Fische? Müde? Also, drei Stück haben wir hier gefangen. Ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da, gerne ein Abo da lassen. Und in dem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns schon bei der nächsten Aufgabe. Und haut rein!